Ich bin heute in der Luxemburg-Kom-Jesikon. Es tut, es ist die Frau, die nicht über mich sprechen kann. Das erlaubt mir, mich heute hinzufüllen und ein flottes Abend zu hören. Ohne gemeinsame Sprache geht keine Integration. Dafür wählen wir am 9. Oktober ADR, die Partei, die sich für einen Spruch ersetzt.